Und nach wie vor alles was tierisch ist töten. Brodo, hast du zugehört? Der See ist glaube ich ausgetrocknet, sagt da einer. Ernsthaft? Find ich nicht okay. Find ich nicht okay. Kann man in diesem Spiel eigentlich irgendwie gehen? Hm, nicht weh. Ach in Norway, kein Chef. Oh, hier ist schön viel Essen dabei. Oh, was hat der denn? Das ist ja eher Job. Warte mal kurz. Hat irgendwer ne Shotgun oder will Shotgun Munition? Also hier, kloppt euch ums Essen. Und kloppt euch nicht gegenseitig. So, wenn ihr das Essen nehmt, brauche ich es nicht tragen. Großartig. Pass auf Leute, gleich hier wird die geballte Ladung Action. Wo lang Herr Friedrich? Nach Norden. Ja, wo ist Norden? Wo ist Norden? Was? Ich dachte sie sagen Wosten. Wie? Sie haben sich verlaufen? Hier, auf diesem Weg, haben sie sich verlaufen? Pass auf, sie gehen jetzt über den Berg. Und dann sind sie da. Schön. Wer zuerst den Zombie tötet. Ah, close. Nein! Fuck it! Wuhu! Das ist immer geil, das ist total egal. Der Umstand, dass man lange keinen Spieler gesehen hat, macht's überhaupt nicht besser. Wollen wir wo vorbeischauen? Oh, ein Reh. Lass uns mal das Reh holen. Ja, Bärensträucher und aber auch das Reh bitte. So, holen wir. Ich überlege, ob ich das Reh einfach mit meinem Rifle erschießen sollte. Nein! Schweinereh! Lass das Reh mal stillstehen, dann schieße ich ihm in den Kopf. Oh, wieso wackelt das denn so? Da treff ich doch nicht. Ich will auch meine... ...meine schöne Mumpelei nicht verdingsten. Es ist nicht tot. Jetzt renn doch nicht weg, du scheiß Reh. Oh, Alter. Weiter weg ging's nicht, ne? Ja, okay. Man muss etwas höher schießen. Ah! Diese scheiß Reh. Oh! Jetzt sind alle weg. Hallo! Hallo! Weißt du, ich lock einfach um und sag Bescheid, wenn du in dieser Stadt bist, okay? Mach mal. Ich weiß auch nicht, warum du so ewig brauchst. Ich? Ja, Mann. Wir wollen auch gar nicht... Wirklich nicht? Natürlich! Was geht denn bei dir? Ja, probier mal so eine Rasselbande hier zu dingsen. Sag denen einfach mal hier ein bisschen... Geh einfach voran und sag hier, beeilt euch mal. Das ist ja auch saug langweilig für den Stream. Nein, Mann. Hier ist... Das ist so sozial, allerdings. So, äh... Wie sieht's aus? Sag ich auch, saug langweilig. Wir gehen jetzt da vorne am See einfach mal alles auffüllen, gehen da durch den See und dann nach Ranchito. Und dann schießen wir alles tot, was wir da finden. Aber jetzt bist du Ranchito, wo ich umlogge, ey. Nein, jetzt auch noch nicht, Mann. Hier... Genau. Bären sammeln, Wasser voll... Ich fühl mich von... Und dann aufs Maul. Egal. Wir sind ja auch kurz davor. Wir müssen noch über diesen scheiß Dragon Lake irgendwie. Ah, der ist kurz. Ja, ja. Guck mal, dass ich... Äh, Flo. Guck mal, dass ich die finde. Dann geb ich dir ein paar Waffen und dann müsstest du den Weg alleine finden, oder? Ja, ich... Ist doch so ganz easy gerade. Wo... Wo bist du gerade? Ich bin... Ich hab gerade auf der Westseite, äh... Pleasant Valley passiert. Äh... Also bist du auf dem Berg, oder was? Nee, ich bin... Am Fuß des Berges. Also hier drüben sind noch eine ganze Menge Bären, ne? Wo... Kannst du mir ungefähr beschreiben, wo du genau bist? Wenn wir dieselbe Karte haben, dürfte ich gerade beim RE von Weir sein. Ich bin... Ich... Da... 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 Was? Hast du eine Karte, wo Notizenhandschriftliche drauf sind? Nee. Etwa... Dann hast du nicht die gute Karte. Ich hab die topographische. Die ist doch doof. Ach, die topographische. Topographisch, recessisch schmobografisch, sag ich immer. So doof ist sie gar nicht wegen der Koordinaten. Ja, außer bei der topografischen kann ich die Hügel mit einbeziehen bei der Orientierung. Kannst du ungefähr beschreiben, welches Gebäude bei dir in der Nähe ist? Gar keins mehr. Echt? Du bist schon so weit nördlich? An der Stadt vorbei? Ja. Dann lauf mal nach Norden bis zum Baumarkt kommen zu der Hauptstraße lang. Treff uns beim Baumarkt, okay? Jo. Und ich glaube, ich habe meine Gruppe schon wieder verloren. Wir schaffen es nach da oben, bevor Frodo mit seiner Truppe da ankommt. Okay. Blödsinn. Totaler Blödsinn. Außerdem ist meine Truppe weg. So. Was habt ihr jetzt davon? Habt ihr euch die ganze Zeit lustig gemacht? Toter Wolf. Das ist ja nicht so gut. Wo die auch hinrennen, ey. Hm. Jetzt habe ich schon... Ja, sag dir mal, hopp, hopp, wir wollen Base bauen. Wir haben Ziel. Ich glaube, da ist gerade fiese Fresspause am Stüssen. Hier ist halt auch schon wieder so ein kleines Vor. Äh, Frodo, Flo, bring mal einmal. Äh, hier. Hallo. Ne, das bist nicht du. Das ist irgendein anderer Neger. Habt ihr was gefunden? Ich hab gerade einen... Wenn du mich siehst, ich hab einen weißen Motorradhelm auf. Einen weißen? Okay, der ist der schwarze Typ. Oh, Beeren. Ich mach, ich mach Juice. Aber dann kann man die einfach... Das ist ein Zombie, ja, ne. Oh mein Gott, das ist ein Zombie, der einem Reh hinterher rennt. Geil ist das denn? Echt? Super. Ja, Mann. Da rennt ein Zombie ein Reh hinterher. Haben wir genug, äh, Zeug, um Juice zu machen und alle satt zu kriegen? Nein, 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 nein. Machen wir da alle einstellen. Ich find's saugeil, dass die Zombies auf dem... Ja, dann lass uns doch hier am Wasser treffen und, äh... Irgendwer macht Juice und hast du nicht gesehen. Also ich mach gerade Wasser. Also, wenn du... Ersauberes Wasser. Ich droppe alle Branches. Willst du dem Wasser beim Kochen zu gucken? Kann ich da nicht mein Wasser auch noch mit rein tun? Großartig. Ja, dann merk ich mir, wie viel Wasser ich noch... Bist du auf der Hauptstra... Also auf der Straße nach Norden? Ne, auf gar keinen Fall. Ich laufe nicht auf Straßen. Bist du aber in der Nähe der Straße? Also ich hab zwei Wasser, hab ich ja schon. Ja, ich bin jetzt an den Stromtrassen. Ich pack da auch noch sechs ein. Also an den... An den Oberlandleitungen einfach mal. Du kannst sie... Du musst sie auch nicht stacken, ne? Du kannst sie auch... So lange gleich... Die sind... Da sind welche direkt an der Straße. Oh, scheiße. Schüsse. Nicht gut. Echt jetzt? Ja, das... Ach, keine Unterschiede. Über den Baumarkt werden oft Leute erschossen. Stackt sich jetzt. Würde sagen, ich würde mich mit zwei sauberen raus. Ich bin jetzt... An der Straße... Ja, okay. Ich hab aber wieder keine Straßenschild. Ja, ich mach das Schild. Ja, das ist aber auch... Solange du nach Norden läufst, ist ja alles gut. Ja, das auf jeden Fall. Ich guck bloß mal kurz, was auf dem Schild hier steht. Sorry, sorry. Haben alle auch genug Bären? So, Sekunde. Ich hab 70 Bären oder so. 69. So, okay. 69. Mehr Bären brauchst du nicht. Dirty Bären. Das ist die perfekte Anzahl. Meine Stamina geht zur Neige. Ich geh mal noch auf die andere Seite und farm mal noch ein paar Bären. Musst du gucken, dass du volles Fressen machst. Also wenn mich einer sucht, ich bin auf der anderen Seite dieses Sees. Kann ja einer mitkommen. Herzlich Willkommen zum Bärenfarm-Simulator 2013. Nicht zu verwechseln mit dem Bärenfarm-Simulator, wo es darum geht, auf einer Farm zu sein voller Bären. Nein, dies hier ist der Bärenfarm-Simulator. Der handelt nämlich stattdessen von einer Farm voller Bären. Störf mir. Nicht voller Bären. Oh shit. Oh nein. Mein toller Bogen ist kaputt. Fuuuuck. Jetzt muss ich mir wieder so einen Scheißbogen bauen. Was ist das nächste Landmark, was du siehst, Flo? Da hab ich nicht. Ich ess gerade. Ah, okay. Das sehe ich auch. Das ist super Unterhaltung. Großartig. Ich lachte. Da oben ist ein Zombie. Das interessiert mich eher gar nicht. Weil ich eher so vom Typ Bärenpflücken bin. Was sind Sie vom Sternzeichen? Ich bin gerade an der Kreuzung. Mit Sinf. Geht die Kreuzung so nach links? Nach rechts? Ich bin in Avram Highway. Äh, warte ihr nicht? Avram Highway? Warte ihr nicht beide schon voll nah aneinander? Avram Highway geht da lang. Was steht hier dran? Hier dran steht. Äh, gar nichts. Jetzt muss ich ja wieder über den Kopf zielen. Das ist ja nervig, ey. Jetzt muss ich da hinzielen. Avram Highway, wo ist denn der Scheiß? Oh scheiße, sie fehlt noch höher. Avram Highway, wie bin ich denn jetzt auf die Avram Highway gekommen? Bist falsch aus der Stadt rausgelaufen. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Nee, aber Avram Highway dürfte das hier gar nicht sein. Avram Highway ist in der Mitte der Map. Ja. Bist falsch gelaufen. Kann aber nicht. Ich weiß aber, es kann gar nicht. Bist du am Bergen hochgekraxelt? Links oder rechts? Hallo? Nee, ich kann nicht. Ich muss Main Street. Ich kann doch nicht jetzt auf den Avram Highway gekommen sein. Wie soll das gehen? Dann hast du dich ziemlich verlaufen. Lass mal hier drüben noch ein bisschen was abfahren. Dann haben wir auch genug für alle. Einfach, Flo, ganz einfach dann auf Avram Highway bist, nach links drehen und dann schnuschtrakst durch die Pampa. Kriegen wir das Räder drüben? Warte mal kurz, da vorne ist noch ein Schild. Hier steht jetzt Highway 25. Oh, verdammt. Warum ist das schwingend? Der ist unten links. Nice. Oh nein, das ist weg. Seht ihr es noch? Das kann nicht sein. Irgendwie bin ich jetzt raus. Es ist ersoffen. Nee, warte mal. Highway 25 sagt der hier. Das Wasser ist nicht gut. Es wurde direkt zersetzt. Vielleicht mit Avram ist falsch platziert. Was? Ja, oder ihr seid beide irgendwie verlauferisch. Ich kann aber nicht hier gerade an einem Schild Avram vorbeigegangen sein und dann ist das nächste Schild Highway 25 Norden. Highway 25 Norden wäre richtig. Doch, eventuell, weil der, wenn der aus der Stadt wieder rauskommt, dann wieder zum Highway 25 wird? Also ich bin hier im Norden auf der Mainstreet und die ist auch Highway 25. Siehste? Ja, ja, aber er ist, warte mal kurz, da ist auch ein Highway, da ist auch ein Schild. Flo, bist du, ist da vorne bei dir so ein blauer Container? Frodo, der Einsammler von Dingen. Flo? Was? Die! Ah, doch. Warte mal kurz, bist du an einem blauen Container? Hässliche, hässliche Zombie. Äh, vorbeigelaufen? An einem blauen Container? Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich auch erstmal genug Blackberries für alle. Oh Gott, ich bin wie der Papa. Also ich war, ich war jetzt gerade, ich stehe jetzt gerade bei einem Highway 25 Nord-Schild. Achso, geil. Einer hat geschrieben, es ist bestimmt ein Speed Limit-Schild und ihr seid nur doof. Nee, ist es nicht. Aber mein Fernglas sagt, hier ist keiner. Ich bin wieder da. Warte, ich bin fast auf dem Berg hochgeklettert. Warte, ich stehe jetzt wieder bei einem Highway 25 Nord-Schild. Hast du was Schönes mitgebracht? Hier, Stocker, könnt damit spielen. Dann bist du falsch, dann bist du echt auf der anderen Highway. Nee, warte mal. Ich baue mir direkt eine Hilfe schön. Ich kann absolut nicht akzeptieren und glauben, dass ich auf dem Avram Highway sein soll. Spägen, die kann ich ja werfen und zuhauen. Ich bin auf dem Main-Schild. Will ich auch nicht Wege haben? Nö, danke. Was war das denn? Äh, wer hat eben am Lagerfeuer gesagt, auf dem Kaffee hätte er Lust? Ich. Ich wette, wenn du, äh, die Straße, sogar mit Zucker, nach links. Ernsthaft? Hammer! Lager! Ey, hier hat gerade einer einen Kaffee mit Zucker gemacht. Tatsache, Kaffee, Kaffee mit Zucker wie geil ist das? Echt jetzt? So gut. Ich logg nochmal wieder zu euch, um ihr seid ihr mittlerweile in der Stadt, oder? Noch nicht. Ey, ich rieche die Flasche nicht direkt. Nein, wir craften gerade ein bisschen Blackberry-Juice und so'n Scheiß. Ich bin irgendwie gepusht dadurch jetzt. Kannst jetzt schneller laufen. Ich brauche noch was zu trinken. Ich brauche noch was. Da, ist die Flasche wieder. Kann man die leeren Flaschen wieder hinlegen? Teddy, Teddy, hast du ihn gerade geboxt? Nicht cool, Teddy, nicht cool. Äh, will die jemand einen Kompass haben, oder? Auf jeden Fall. Ich habe schon einen. Jetzt bin ich gerade bei einem blauen Gebäude. Geh weg. Hier ist ein blauer Container mit... Haben wir soweit alles, weil dann können wir jetzt weitergehen. Wollen wir noch Wasser irgendwie sammeln? Warte, stopp, dann loge ich mich wieder um. Dann, glaube ich, bleib bei der Regenausfall. Großartig. Siehst du in der Entfernung ein Riesengebäude? Oh, da sollen wir noch kurz das Reh dahinten... Ein Riesengebäude? Nein. Wo siehst du hier ein Reh? Ich habe noch ein, ein Riesengebäude. Ja, ich gehe von links ans Reh ran. Oh, krass. Ich sehe nur ein blaues Gebäude. Ich probiere auch zu schleichen. Schleich, schleich. Äh, ist da auch ein kaputter Pick-up im blauen Container dran? Warte. Ja. Oh mein Gott, ihr habt euch gefunden. Eventuell. Wobei das mit everyone high will mich noch immer extrem viel wird. Ja. Oh, dieses... Oh mein Gott, das ist ein Baum Reh. Was durch Bäume glitschen kann. Oh yeah, oh yeah. Nein, fuck you! Wenn du einlogst, dann... Ich bin...